was geht zum neuen video von eurem slip araflow noch eine ganz kurze unterbrechung vor dem video es war ehrenhaft hätte ihr den creator code slip eintragen aber es geht auch um andere aber echt ehrenhaft und das war es dann auch schon und was geht zum neuen video vom slip araflow unterstrich yt heute mal bei dem du es ich glaube sogar zeiten mona schon mal wieder ich habe mir gleich es wird auch als das letzte sein was ich zu kaufen weil fortnight wird sowieso bald glaube ich auch sein und leon ist auch der meinung deshalb kommt bald dq2 und jace mckayne undercover den genauen zeitpunkt kann ich noch nicht sagen aber den werde ich euch dann im nächsten video schauen das wird wahrscheinlich ein video wo ich leuten zuschaue oder brasilian server oder so und ja hallo hallo ich also kommt ich das es Porränken So up So what I'll find Oh Gott, der perfekte Starter ins Video. Okay, nächste Runde. Leute, und außerdem, ich werde jetzt auch mehr schneiden, also halt zum Beispiel Creator Code Werbung und so. So schneiden. Jetzt, ähm, oh Gott, ich bin dann so spät auf, da ja. Äh, so halt mitten im Video vielleicht auch mal so, dass ich halt in der Lobby bin und dann ganz kurz sein und dann bin ich direkt in der Runde so. Ja. Hello? 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 Digger, er hat zwar Nemo, der hat Nemo getroffen, aber ich brauche einen, der redet. Es ist so gut. Ich bin kurzemlich und habe jetzt schon Gänsehaut, weil hier ein Fan irgendwo im Haus ein Fenster offen ist. Ich bin kurzemlich. 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 Mein Mann. So we told the police I don't Hello? Hallo? Woll ich vor? Von Germany Ah hi, was geht da? Oh mein Gott, weißt du wie lange ich schon einen deutschen suche? Ich mach grad die ganze Zeit schon Video, Random Doos Ich hab bisher nur... Also bisher hatte ich jetzt zwei bis drei Lobbys Niemand hat geredet Du bist jetzt der erste der Redetinger Ohne Spaß, ich nehm grad auch ein Video auf Halt's mal Halt's mal Nein, das ist kein Zufall Und wir haben beide Ninja Skin Wir nehmen beide gerade auf Und wir sind beide deutsch Naja, es braucht bloß mal noch den gerolten Hänger gewährt Alleine alles passt Welche Spitze hast du? Ninger Spitze Achso, ich hab mir die auch gekauft Aber ich spiel grad Minty Ich hab halt meine Mintyko zu gekriegt Also von ja Schon welchen Namen hast du gekauft? Äh nee, ich hab ihn gratis gekriegt von so einem In der The Michael Community Da hat einfach jemand gesucht zum Zocken Und dann hat er mir ein angeboten Aber ich hab halt nicht gecheckt Wir haben den so einlöst auf Epic Games und so Das hab ich gesagt Gibt jemand anderes auf Ehre Okay Weil ich löse halt nicht viel so auf Epic ein Hast du... Hast du Creator Code? Äh, mein Freund hat einen Dafür muss ich halt Werbung Achso Okay Okay Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Wie heißt das? Ähm... Ich witzig Also so wie mein Ingename Und dann unterstrich Y-Name Alter Okay Ich edit dich auf den Fangreis, ne? Ja, okay Sollen wir dann ein bisschen zünden? Äh... Oder morgen? Äh... Ich weiß nicht Ich hasse RPG-Spieler, Junge Ich hasse RPG-Spieler, Junge Ich hasse RPG-Spieler, Junge Ja, ist auch so schluss damit Ich hätte ich doch noch Äh... Ich schau erst mal anfang Mal Oh mein Elm Mein Elm ist grad so krackig gewesen Was vor Kühlen? Ich schwör einfach Oh... Ja Loll Aaaaah Ich spiel sogar... Ich spiel's ja auf PC, oder? Ja Auf PC Okay Lass ich gleich ein Ich schlatschein Hast du 18 Abonnenten? Ja, ja Okay Dann bist du das Irgendwann ist auf YouTube? Äh... Slip-Ara-Floch Hab dich abonniert Ja, okay, dann krieg ich mich Diggah Diggah Erste Runde Ehrenmann Troffen Äh... Ich mein jetzt nicht erste Runde, aber... Diggah Direkten Deutschen Diggah 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 Hi Moin Äh... Kannst du nochmal burschabieren? Oder heißt es so wie du im Game heißt? Äh... Woviel Abonnenten hast du? Äh... 35 jetzt Okay Ja, dann hab ich dich VBCC Jaaa... Also... Ja, es ist halt so ein Scheiß-Clip mit nem Freund Ah... Oh man... Aber bis es sieht wie irgend so was... Hier ist nicht mal der Google Übersetzer übersetzt Diggah Und ich check nicht was das mal ist Eh... K.... Inca... Die Unterscopes waren jetzt nicht so gut Ich hab einfach nur welche aus dem Zusammenhang gerissen also du spielst gerade auf ps4 ne? ja ich spiel immer auf ps4 hast du maus und tastatur angeschlossen oder spielst du auf controller? auf controller das war mega lack weil ich spiel gerade auf maus und tastatur ja moin ich check es einfach nicht wie lange ich gebraucht habe so 4-5 runden schon auf einmal kommt so ein spanier und sagt spielst du deine kollegen ist spanierin? meine sitz nachbarn in der schule ist auch spanierin ne mein nee lass mich so pushen gehen das hierhin sollen wir gleich noch ein video oder so aufnehmen ich mache ja ich auch aber schneidest du die oder ja wenn ich kann halt wenn ich zeit habe so ja meine freunde machen versuchen gerade auch youtube anzufangen und eine schade ist halt seine videos nicht der andere schneidet es nicht auf der ps4 sondern auf dem handy dach nun der kanzler machen der bock auf dem handy zu scheinen hat ich habe fast versucht geht nicht ich schwöre nicht ich hab's halt noch nie probiert aber ich weiß dass ich habe versucht ein intro zu machen jetzt ist die ganze das von der ps hier ja ich auch das von der ps ja mal einer hat einen aus 36 metern oder neun was ich mir den genausbruch beste leben das leben ich brauche einfach irgendeine geile pump ich habe auch ein schöner machten kommt die qualität ein bisschen von der psv so die aufnahmequalität wissen echt scheiße ich wusste gar nicht dass man nach unten kann ich habe hier so eine kiste und sie ist einfach im boden die gäste sein das ist ja wenn ich hier der tasse drücken den ich richtig los lasse sondern bin ich einfach drauf hause meine eltern kommen auch immer ganz normal einfach mal plötzlich unnötig am nächsten tag wenn ich sie wieder bekomme heute dann steht er halt diese rps hier wurde nicht ordentlich gemäß ausgeschaltet ich bin durch das fenster durch das kennst du das wenn du willst aber der edit geht nicht das halbe klassisch wenn man maus und tastatur auf playstation spielt dann kennt man das richtig oft weil kommt das an oder wenn ich jetzt hier eine treppe mache jetzt fühle ich hier editieren guck es geht einfach ja jetzt geht es aber gar nicht ich glaube wir müssen zahlen wenn du ganz schnell machst dann geht es nicht ja das auf maus und schweiß das ist aber mega scheiße deswegen würde ich mir auch einen gaming pc holen ja irgendwann hol ich mir einen gaming pc nur zum schneiden ja schon einen gaming pc um drauf zu zocken weil ja also manchmal zog ich dann auch drauf auf welche stufe spielst du denn nun ja auf also auf letzte ja schon die erste stufe eigentlich ist es okay aber wenn man dann halt spielt dann sieht das halt komisch aus und sich wirklich so aus wie ninja ein bisschen digga marshmallow nimm ja meine liebnis ganz digga hast du auch marshmallow ich habe mir den direkt geholt ich habe bloß nicht den hingleiter aber sonst auch oder das ich habe auch nicht so ein gleiter ich habe die spitzhacke und den skin hat mich ja den tanzer schon ordentlich gekauft aber doch den habe ich weil mir war das für 500 wie war es einfach ein bisschen zu treue ich fand den hale gleiter ein bisschen unnötig also ich feiere den hale gleiter schon von marshmallow aber der ist ein bisschen zu ich hätte ihn am liebsten ja ja aber hier wenn ninja skin morgen nicht also ninja ist jetzt hat man wieder beendet da kannst du nicht einfach meine aufnahme beendet ja nach einer stunde ich nehme jetzt auch fast so 40 minuten aufbauen ich nehme halt 15 minuten immer wieder auf weil wenn ich das einfach ungeschnitten lassen kann ich das einfach direkt so hochladen aber hier wenn ich jetzt über 15 minuten habe kann ich das nicht hochladen ich weiß nicht warum also ich kenne halt dafür die einsteigung aber die ist extrem schwer du musst dein e mail geben dein passwort usb ja jetzt habe ich auch können das ist ja kanal wurde von meinem vater stellt weil ich damals acht war also ich hatte ihn schon aber auch sieben also da habe ich ja keine videos gemacht da habe ich einfach zum kommentaren schreiben und so gemacht aber ja danach zum youtube was mir gerade bei deinem namen auffällt dieses arafloh ähm da übersprich nicht so viel oder sagen also ich weiß gerade was du denkst ja 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 das ist gut ja ja er ist und bloß jörg ist auch einen zu sich ich stecke ja nehme mich auch junge das durchziehen wo sind die oder hinter dem stein hinter den da klappt schon nicht die löser schwer zu auch gar nicht gefeiert ja ich hab da kein vorn gespielt ein bisschen schon aber nur kreativ ich hab die gar nicht gefallen die haben so ab mann ey Junge wo sind die Hunde da vorne vor uns sind auch noch mehr ja hab's gehört und ich seh's auch einer hat 100er dann direkt season 1 ich kenn einer aus meiner klasse baut nur season 1 türmer und sagt er wäre der beste fang auf du kannst du kaputt machen der fügt da was bischen komm einmal schüttet einer schlau einer schlau einer schlau nein das sind die von vorne ja okay das runter oh gott hat noch falsch anbekommen ich schwöre ich hasse es wenn solche sprayer buster bekommen die nichts anderes zu tun haben das mal ganz kurz hier hin muss ganz kurz was machen äh ich hab ein mini für dich ähm ja ich bin grad hier im bosch weil ja okay weil die Gegner fack mich einfach naja ich hab Bock dagegen zu bauen weil auch noch mal zu schwingen auch gott jetzt noch rechts halts maul headshot mit akka hat schon ein hat schon ein ja toll äh toll geht halt auf mich so klein fuß was junge heile mit ja alle gehen auf uns alle ein ganzes du und dann noch ein juli was soll ich mach ich mach na gut ich hab mich hier baut aber na gut schüssi bin ko ja das ist das ist Untertitelung. BR 2018